Hey Leute, in diesem Video erfährst du erstmal, wie man ein Amazon Prime Konto mit Twitch verbinden kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Ganze funktioniert am Handy, in der Desktop-Version und am PC relativ ähnlich, weswegen ich es zur Besseren veranschaue, euch mal am PC zeige und zuerst müssen wir in einem beliebigen Browser einmal in der Adresszeile www.amazon.de öffnen. Anschließend natürlich auch noch mit dem entsprechenden Account einloggen, wo wir auch schon ein Amazon Prime Konto hinterlegt haben und dann gehen wir mal hier rechts oben auf Konto und Listen und auf den Reiter Meine Prime Mitgliedschaft. Nun können wir auch schon einen großen Banner Twitch Prime erkennen, da können wir einfach mal draufklicken und auf der nächsten Seite müssen wir dann einmal ganz nach unten gehen bei der Seite und wir können auch schon diesen Button, Ihren Twitch Account verknüpfen sehen, wo ich natürlich jetzt auch draufklicke. Normalerweise muss ich zur Sicherheit mich noch einmal bei Amazon anmelden, deswegen auch das entsprechende Passwort angeben und auf Anmelden gehen. Und wir können nochmal schauen, ob auch wirklich das richtige Amazon Konto mit deinem Twitch Account dann verbunden werden soll. Bei mir passen diese zwei, weswegen ich wieder auf Bestätigen klicke. Zum Schluss möchte ich natürlich nochmal überprüfen, ob es auch geklappt hat, deswegen in der Adressseite twitch.tv öffnen. Ich bin eh schon mit meinem Account hier eingeloggt, weswegen ich mal rechts oben auf das Profilbild jetzt draufklicke. Anschließend öffne ich noch den Reiter Einstellungen und da kann man jetzt nämlich rechts drüben auch auf Verbindungen draufgehen. Und wie wir sehen, das Amazon Konto wurde jetzt auch schon dementsprechend richtig verknüpft. Wo wir das übrigens auch noch erkennen können, ist, wenn ich auf Abonnements gehe, dann sehen wir nämlich, dass ich jetzt auch jeden Monat ein kostenloses Kanalabonnement mit Prime verschenken kann. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich übrigens auch noch in einem extra Video. Wenn du übrigens selbst Streamer bist und deine Qualität deutlich verbessern möchtest, dann einfach mal am besten unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den derzeit besten Streaming-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.